Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Frahm, ich habe da mal eine Frage. Letzte Woche hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht. Wir haben uns seit Ende Dezember immer wieder gestritten. Das erste Streitthema war das Zusammenziehen. Und jetzt kommt's, Achtung, nach vier Monaten. Ich selbst habe die Meinung vertreten, dass es noch zu früh ist. Ja, das kann man so sagen. Und ich die Beziehung erst noch wachsen lassen möchte. Daraufhin war sie zickig und die ersten Teller kamen geflogen. Und Teller ist in Anführungszeichen geschrieben. Das heißt, da bin ich mir nicht sicher, ob wirklich irgendwas geflogen kam oder ob nur rumgemault und rumgestresst wurde. Falls wirklich irgendwas geflogen kam, dann direkt raus da. Das ist ein absolutes Anzeichen, dass man da zumindest einen halben Psychopathen an der Backe hat, sich angelacht hat, wenn da irgendwas geflogen kommt, direkt Schluss machen und das war's. Oder allerletzte Warnung und wenn der nächste Fehltritt in die Richtung kommt, spätestens dann. Ja, aber so wie es hier geschrieben ist, mit Anführungszeichen nehme ich an, dass nur rumgestresst wurde. Nur in Anführungszeichen nach vier Monaten, wo man eigentlich am Strand liegen müsste. Symbolisch zumindest, wenn man nicht wirklich zum Strand kann. In der großen Verknalltheitsphase, alles ist herrlich. Man hat jedes Gespräch, ist der absolute Wahnsinn und so weiter. Und dann wird die nach vier Monaten mit zusammenziehen. Ja, kommt die hier um die Ecke und macht auch noch genüsslich Stress. Absolut herrlich natürlich. So, weiter geht's. Danach war es erstmal wieder ruhiger zwischen uns. Nach einiger Zeit schlug sie dann vor, dass ich ja bei ihr einziehen könnte, damit man Miete sparen könnte. Absolut romantisch. Und man dann so zusammenwohnen würde. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Auch hier wieder stieß sie bei mir auf Granit, weil, absoluter Sexist natürlich, Frauenhasser, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Und wenn ich mal weiterspinne, dann stehe ich im schlimmsten Fall auf der Straße und habe weniger Möbel und darf entweder wieder bei meinen Eltern einziehen. Autsch, das ist geil. Oder bei Freunden unterkommen und bei Null anfangen. Danach gab es immer wieder Streitigkeiten, was bei mir auslöste, dass ich nicht mehr zu ihr wollte, um einfach diesen Stress nicht mehr zu haben. Es folgten mehrere Tage, wo man sich nicht geschrieben und gesehen hat. Irgendwann folgte das letzte Telefonat, wo es am Ende von ihr hieß, dann mache ich jetzt Schluss und hole morgen früh meine Sachen ab. Meine Frage nun, ohne direkt die Schuldfrage zu klären, woran hat es gelegen? War es von meiner Seite aus mangelnde Kommunikation? Ich persönlich vertrete den Standpunkt, dass sie absolut nicht kompromissbereit ist. Egal was es war, es musste immer nach ihr laufen. Andere Vorschläge wurden untergraben. Und ich denke, ein Mann muss in erster Linie an sich denken, daher kann ich schon fast dankbar für die Trennung sein. Ihre Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Liebe Grüße. Ja, danke für die Frage. Und ja, natürlich haben Sie richtig gehandelt. Nach vier Monaten, Sie kennen sich überhaupt nicht. Man kennt sich kaum nach vier Monaten. Die ersten Gespräche sind meistens, wie ich immer sage, ein Gespräch oder Gespräche von Maske zu Maske. Man verstellt sich, man zeigt sich von der besten Seite und die dunklen Seiten, die kommen ja erst nach Jahren auch oft noch durch. Das heißt, nach vier Monaten hat man sich ja erst viermal getroffen. Optimalerweise ein kleiner Scherz am Rande. Aber man hat sich ja erst ein paar Mal gesehen, man kennt sich noch gar nicht. Von daher dann zusammenzuziehen, das ist absolut bekloppt. Die Leute wollen immer diesen Dating-Prozess krampfhaft beschleunigen. Ja, und sagen mir dann immer, wenn ich sage, ja, relativ schnell in der Kiste landen und dann erstmal locker, das wäre viel zu schnell, glauben viele Leute und kommentieren manche Leute immer drunter. Dabei sage ich ja praktisch genau das Gegenteil. Ich sage, heiratet nicht in der dritten Woche. Ja, zieht nicht in der sechsten Woche oder hier nach vier Monaten oder nach sieben Monaten oder so verrückte Dinger. Ja, mitten in der Kennenlernphase. Ja, was ist denn, ja, zieht dann nicht zusammen. Was ist denn, wenn dann auf einmal die rosarote Blase, die rosaroten Wolken abgeregnet sind und man merkt, ich kann den Typen, ich kann die Frau überhaupt nicht leiden. Ja, und dann wohnst du zusammen in irgendeiner Bude und kommst dann da gar nicht raus und was weiß ich was. Absoluter Horror natürlich. Deshalb empfehle ich, geht es langsam an, lernt euch langsam kennen, trifft euch nicht jeden Tag, verbringt nicht drei Wochen am Stück zusammen, sondern seht euch dann, wenn ihr richtig Bock aufeinander habt und lernt euch auch ein bisschen zu vermissen unter der Woche. Ja, dann vielleicht nur mal am Wochenende geht das Ganze relativ langsam an. Ja, und dann kann das, wenn das gut passt, lange halten. Aber was machen die Leute? Ja, sehen sich 24 Stunden am Stück die ganze Woche über und die Woche drauf wieder und wieder und wieder und sind dann praktisch schon miteinander so halb verheiratet, energetisch. Aber du kannst ihn schon kaum noch von ihr unterscheiden und dann wird früh zusammengezogen und direkt noch, ich liebe dich, ich liebe dich gesagt, wie das im Film natürlich unheimlich viel Bedeutung hat. Ja, dann wird zusammengezogen und dann wird sich gewundert, warum nach sieben Monaten auf einmal Teller und Tassen fliegen. Und alles natürlich schön von Hollywood programmiert, schön in die Köpfe reingeballert und alle wundern sich, warum es nicht funktioniert. Und ja, dann müssen wir es beim nächsten Mal nochmal genauso machen, aber irgendwie noch vehementer, noch ein bisschen mehr kämpfen, anstatt vielleicht auf den Trichter zu kommen. Das ganze System ist im Eimer, das ganze Konzept ist bescheuert. Man sollte es vielleicht ein bisschen andersrum machen. Ja, kennt ihr ja aus meinen Videos. Wer es noch nicht kennt, zieht sich gerne meine Videos rein. Und insgesamt klingt mir die Frau, so wie sie das hier schildern, auch eher so, als wenn die weniger eine Beziehung, sondern eher einen Papa-Ersatz suchen würde, einen Vater-Ersatz. Das ist jetzt auch nicht so selten, muss man dazu sagen. Ja, die meisten Leute wachsen mit dem Irrglauben auf, ja, irgendwie reiche ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie unvollständig. Und ja, statt dann zu lernen, es aus sich selbst zu schöpfen, versuchen wir es halt im Außen zu stopfen. Externe Anerkennung, Liebe und so weiter. Und wenn das dann nicht so funktioniert, wie man gerne hätte, dann rastet man halt schnell mal aus und schmeißt entweder symbolisch oder wirklich Teller und Tassen und springt da im Sechseck. Weil man die Liebe nicht bekommt, die man aber wie so ein Ertrinkender glaubt, dringend extern zu brauchen. Dabei ist alles schon in einem drin, man muss halt nur lernen, das aus sich zu schöpfen und zu erkennen. Ja, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat geholfen. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video, im Coaching oder im Next Level Forum. Das ist meine eigene Online-Community, mein persönliches Social Media sozusagen. Die Links dazu sind wie immer unten in der Beschreibung gerne vorbeikommen. Also, bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Das ist eine große Pile of Shit. grundstamped nicht? Also, bis dann, haut rein, macht's gut.